Herzlich Willkommen hier in Götzelsbrunn. Mein Name ist Philipp Gassl. Wir sind hier im Weinbaugebiet Kanuntum, ganz im Osten von Österreich zwischen Wien und Bratislava, im Norden von der Donau begrenzt und im Süden vom Neusiedlersee. 2018 ganz ein anspruchsvoller Jahrgang. Es ist der 31. August. Wir haben fast 90 Prozent der Weißweine schon im Keller. Wir versuchen das jetzt ganz, ganz schnell rein zu ernten, weil wir die Frische und die Präzision in den Weinen suchen. Ich mache Wein seit 1998, also über 20 Jahre und bin dafür heuer als Vita des Herres ausgezeichnet worden. Ich bedanke mich bei allen, die sich mit uns freuen.